Packen den aus und stellen dann fest, scheiße, das Ding ist größer als die Kamera und passt da gar nicht rein. Und dann verkaufen sie es bei Ebay und da das dann schon offen ist, ist das teilweise recht günstig zu bekommen. Ich glaube allerdings nicht, dass der einen Schaden genommen hat, denn da ist ja noch die Abdeckung drüber und solange da jetzt nicht extrem drauf gedrückt wurde, glaube ich nicht, dass er einen Schaden hat. Wir werden es aber gleich feststellen, denn diesen Film werden wir jetzt in die Kamera einsetzen. Und das Ganze funktioniert folgendermaßen, wir haben auch hier, wie bei der Instex Mini, diesen gelben Punkt und das muss hier bündig eingelegt werden mit dem gelben Punkt auf dem Film. Das kommt hier so rein und wenn wir jetzt zumachen, dann kommt die Schutzschicht raus und damit ist die Kamera dann einsatzbereit. Machen wir mal zu und schalten wir mal ein. So, jetzt können wir, wenn wir jetzt auslösen, kommt als erstes die Schutzschicht. Machen wir mal. So, da haben wir unsere Schutzschicht bekommen.